Herzlich willkommen hier bei Lover Property im wunderschönen Alanya. Mein Name ist Dennis und wir befinden uns aktuell im Stadtteil Obam. Nicht direkt unten Obam, sondern ein bisschen darüber im Neubaugebiet. Es geht um das Thema Mietwohnungen. Wir haben hier ein wunderschönes Projekt, was fertiggestellt worden ist, beziehungsweise fast. Der letzte Schliff muss also noch gemacht werden. Wir haben hier aktuell vier Wohnungen von unseren Kunden zur Vermietung. Und wir werden uns erstmal den Außenbereich ein bisschen anschauen. Hier, unschwer zu erkennen, ist der Außenpoolbereich. Der wurde zu Testzwecken schon mal angemacht, aber die Saison zum Thema Pool, Schwimmen, ist ja eigentlich schon rum. Wir haben hier Liegemöglichkeiten. Wir haben hier Duschen. Wir haben hier Kinderabspielplatz. Hier haben wir das Gebäude A. Hinter uns Gebäude C. Gebäude B. Wasserrutschen. Im Gebäude C befinden sich auch die Sozialaktivitäten und da schauen wir uns ein bisschen um. Im Indoorpoolbereich angekommen, werden wir natürlich auch einen Fitnesssalon haben. Wir werden einen Dampfraum haben. Wir werden einen Hamam haben. Wir werden Massageräume haben. Wir werden ein Spielzimmer haben. Nicht für Kinder, sondern für die vielleicht etwas größeren Kinder. Fernseher, Entspannungsbereich. Alles ist hier und wird hier im C-Block sein. Und ich würde sagen, wir gehen rauf in die Wohnung. Herzlich Willkommen. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Im ersten Stock. Ja, die Tür, die Sicherheitstür, wie wir es kennen, ist in allen Dingen für jeder Wohnung. Gegensprecheranlage ist auch vorhanden. Oben indirekte Beleuchtung. Hier ist gerade kein Licht an. Die Wohnung ist zum 15. Dezember zur Vermietung bereit. Wir gehen direkt in die Küche. Das Besondere ist, ihr werdet es schon sehen, wir haben eine getrennte Küche. Wirklich, das kommt nicht so oft vor. Die Wohnung wird so unmöglich übergeben. Vorbereitungen, entsprechend alle gemacht. Heißt, Klimaanlage, entsprechend mit der Vorbereitung. Draußen, Blick auf den Poolbereich. Wir haben hier einen Balkon. Auch selbstverständlich mit Blick auf den Poolbereich. Der Poolbereich ist schön. Er ist zwar geradeaus. Nicht in der Nutzung, weil es ein bisschen kühl ist. Aber ich weiß ja, wie es vor zwei Monaten hier aussah, als die Sonne schön hoch am stehen war. Es hier wirklich angenehm gewesen ist. Hinter uns die Berge. Und wir schauen uns an. Ja, hier ist das Wohnzimmer, der Wohnbereich. Wohnwand, Anschlüsse, alles da. Klimaanlage vorbereitet, Boden, Paket und wir gehen weiter. Das ist das zweite Badezimmer. Wir haben insgesamt hier zwei Badezimmer. Alles vor allem, was man braucht. Es muss noch sauber gemacht werden. Wie gesagt, die Übergabe ist erst ab dem 15. oder 12. möglich, weil dann hier wirklich auch alles tipptopp fertig ist. Wir haben noch ein Schlafzimmer. Das ist das Gästeschlafzimmer. Ich würde euch auch gerne das Hauptschlafzimmer zeigen. Das ist aber allerdings gerade abgeschlossen. Das Verwenden von den Bauarbeitern Sachen momentan gelangert und etwas abgeschlossen. Auf jeden Fall, diese Wohnung hier in dieser Anlage verfügt über zwei Schlafräume, eine getrennte Küche, einen Wohnbereich, einen Balkon und ein schönes Badezimmer. Das ist schon praktisch. Größe der Wohnung, 100 Quadratmeter, der eigentlich immer müsste Miete, 300 Euro im Monat. Die Nebenkosten sind roundabout 35 Euro pro Monat. Auch wiederum monatlich zahlbar. Ist auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, bei Interesse könnt ihr mir gerne eine E-Mail da lassen. Ihr könnt uns auch gerne bei WhatsApp kontaktieren. Und wenn ihr euch generell für das Thema Interessiert, dann habt ihr die Möglichkeit, unsere Internetseite aufzusuchen. www.numaturgip.com.tere für Türkei. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.